Wie finde ich Drachenfalten in TikTok? Heutzutage ist es üblich geworden, alle Arten von Formen und Gegenständen aus Papier oder Pappe herzustellen, und es hat viele Anhänger und Besucher. Eine der Formen, die aus Papier hergestellt werden können, ist die Herstellung eines Drachen. Und vielleicht möchten einige Benutzer lernen, wie man diese Form durch TikTok erstellt. Melden Sie sich bei TikTok an, um dieses Tutorial zu finden. Klicken Sie unten auf der Seite auf die Suchoption. Suchen Sie nun im Suchfeld nach diesem Begriff. Sie können ganz einfach auf die Videos zur Herstellung von Drachen aus Papier zugreifen und wenn Sie auf eines davon klicken, können Sie das entsprechende Tutorial sehen. Tatsächlich können soziale Netzwerke informativ sein. Und TikTok ist eines dieser sozialen Netzwerke, das Ihnen viele dieser Lektionen beibringen kann. Die entsprechende Ausbildung finden Sie ganz einfach. Bitte liken und Kanal abonnieren.